Musik Ein herzliches Grüß Gott im Café Herr Kadel. Wir sind das Vegetarische Spitzencafé in Graz, in der Bürgergasse Nummer 7. Wir betreiben unser Geschäft seit Dezember 2017. Unser Café ist ein Wohlfühlplatz für Vegetarier, für Veganer und auch für Leute mit speziellen Wünschen. Wir kochen jeden Tag frisch eine Mittagsspeise. Auch unsere Kuchen sind hausgemacht. Wir backen mit Bio-Dinkelmehl. Unser Café ist Bio und verdreht und wird in der Oststeiermark geröstet. Wir achten darauf, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und sind bemüht, unsere Lieferanten in der Nähe von Graz zu finden. In unserem Café ist Platz für jeden. Und wir freuen uns, wenn der Gast unser Lokal ein Stückchen glücklicher verlässt, als er es betreten hat. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!